jetzt ja herzlich willkommen auch den vielen gästen wieder für unseren dritten working out loud circle wir gehen jetzt ausschließlich nach den neuen anleitungen von john stepper vor die sind vor ganz kurzer zeit übersetzt worden wir haben es auch auf der homepage vermerkt wir sind gehen heute auch original nach dem nach der anleitung für die dritte woche vor wir haben kein extra drehbuch sondern wir versuchen es mal genauso wie john stepper sich das so vorgestellt hat in dieser woche soll es um eigenes zeitmanagement gehen weil john stepper wahrscheinlich die erfahrung gemacht hat dass viele dann die schwierigkeit hatten bisher schon alle dinge die sich vorgenommen haben doch nicht zu schaffen deshalb steckt es so in dieser woche hauptsächlich drin fangen wir zunächst mal an mit so einer check in phase was hat sich so in der letzten woche für euch getan seid ihr einen schritt weiter gekommen wer will ein bisschen berichten simon ja kann ich gerne machen also ich hatte ja auf der einen seite letzte woche noch meiner idee einen namen gegeben die heißt jetzt lern der organisation top down ich habe auch den ersten blogbeitrag geschrieben weil ich auf der suche bin nach leuten in mindestens sechs unternehmen drei großunternehmen drei kmu ist die idee intern mal mit führungskräften besprechen und da hatten sich ja letzte woche in der live session schon die ersten leute gemeldet die dabei sein wollen mittlerweile habe ich schon vier von sechs und auch viel feedback auf den blog gekriegt also das passt eigentlich ganz gut so in richtung zeitmanagement ist natürlich immer so eine sache dass so strategische themen mal was auszuarbeiten hat man eigentlich nie zeit dafür und ich finde so ein wol circle ist eine ganz gute gelegenheit dinge die man schon lange auf der man müsste mal liste hat einfach dann auch mal anzupacken ja was bei dir so passiert an sich einerseits eine ganze menge andererseits vielleicht dann doch nicht so viel was das schöne war ich habe dann festgestellt dass ich ja dann auch mit euch reden kann das war mir vorher gar nicht klar das hat ja dann halt irgendwie initiiert weil er gesagt hat dass er sich mit mir unterhalten will also simon dich würde ich nämlich deshalb auch gerne noch mal sprechen also mit harald und mit dem fried habe ich schon mal gesprochen das war auch so ganz hilfreich dann habe ich mich ja intensiv mit twitter beschäftigt insofern dass ich das letzte mal schon gesagt habe ob das wirklich mein medium ist wage ich ein bisschen zu bezweifeln weil ich geübt habe und festgestellt habe zum beispiel bei dieser einen live session der letzten dienstag hatte habe ich dann mal versucht an die seite nur das war jetzt gar nicht im rahmen von twitter sondern an die seite der kommentare bei skype business und da war als ich meinen kommentar geschrieben habe wart ihr schon drei themen weiter und das habe ich gemerkt das ist bei mir einfach das ist so schnell das geht mir es ist ein unglaublich schnelles medium hat mir harald ja irgendwie gesagt was weiß ich was ich würde gerade klavierspielen beginnen und ihr übt schon eine weile schon auf konzertniveau das beruhigt mich da nur einerseits aber vielleicht ist es eben auch eher so dieses überhaupt so ein bisschen mehr nach außen zu gehen mit dem was ich wirklich mache und vielleicht ist es auch eine andere frage vielleicht doch mal blog zu schreiben oder mal irgendwie zumindest auf facebook mal etwas ausführlicher etwas zu beschreiben aber was ich mir vorgenommen hatte war definitiv dass meine homepage endlich online geht die hat zwar noch so ein paar macken aber ist jetzt zumindest die neue homepage ist da so dass man überhaupt mal sehen kann man sie überhaupt wirklich mache das sah man ja direkt nicht vorher und insofern bin ich was das betrifft ganz zufrieden so ja ich hatte eine sehr bewegte woche hinter mir oder bin noch immer drin oder so ich habe mir ein paar ziele für die also kurzfristige ziele genommen intern in der firma mit leuten zu sprechen das habe ich auch gemacht es hat funktioniert das gespräch mit antje das ich auch gesucht habe natürlich zum thema führungskräfte und lernen ich habe es jetzt nicht ganz speziell anrufen müssen weil antje mich ja angerufen hat und konnte da so meine fragen ganz unterschwellig mit einfließen lassen und also wir hatten ganz ganz tollen austausch finde ich ja der mir da schon ganz viel weitergeholfen hat also auch danke an der stelle noch mal dafür manchmal kann man sowas auch einfach in einem gespräch dann im dialog klären also dann ist es kein sohn du ich habe da meine frage kannst du mal war irgendwie spannend weil ich war im zug und irgendwann hatte dann so ein sitz weiter vorne jemand gesagt ob ich hier ein führungskräfte lehrer kann ich sag nicht dann wurde ich dann auch relativ schnell still wieder spannend also das habe ich irgendwo hingekriegt ich habe die frage in mein netzwerk posten ja mal anfänglich schon gemacht das ist allerdings ein bisschen eingeschlafen oder kamen erst gute antworten und dann habe ich aber nicht mehr weiter verfolgen können also wenn man da selber nicht dran bleibt dann ist sowas natürlich auch ganz schnell wie antje sagt wieder weg also das ist dann das braucht einen treiber und wenn man selber in so vielen anderen themen drin ist dann kann sowas natürlich schnell verlaufen ja und in dieser brauche bist du ja ganz intensiv in dem corporate learning 2025 mugaton eingespielt eigentlich spannend insofern volles verständnis dafür ja mir geht es ähnlich ich habe eine ganz schöne erfahrung gemacht ich hatte ja beim letzten mal ein paar namen genannt und dann hat mich der herwig kummer angesprochen und gesagt hey du hast mich als supporter genannt kann ich dir helfen also allein schon nur dass wir hier im zirkel darüber geredet haben hat ausgelöst dass er sofort interesse hatte da mit mir darüber den dialog zu führen wir haben das angefangen ich habe dann aber nichts mehr weiter gemacht eben genau aus dem grund weil ich jetzt für mindestens zehn tage ausfalle und es ist ab mittwoch so ich muss ins krankenhaus und kann da überhaupt nicht online sein und deshalb macht jetzt keinen sinn auch die netzwerk zu befragen denn wenn da leute antworten muss man auch da sein muss man auch zur verfügung stehen denn zehn tage später zu antworten hat keinen sinn mehr da erinnert sich keiner mehr dran ja insofern ich mich treibt treibt im moment einerseits der mucaton das ist doch wieder mehr arbeit als ich mir vorgestellt habe denn wir haben die erfahrung zwar aber trotzdem man wir haben diesmal auch technisch eine andere situation so dass mich das auch ein bisschen fordert und das zweite ist wenn man so zehn tage weg ist muss man so einiges vorbereiten und insofern bin ich im moment ein bisschen zerknirscht dass ich gar nicht viel gemacht habe ja ich glaube damit sind wir mit diesem ersten punkt schon mal durch john stepper sagt als zweite übung redet er davon bezahle dich zuerst vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen es geht hier nicht um das bezahlen es geht hier darum belohne dich und setzte praktisch die zeit für dich selbst zuerst ein so habe ich verstanden harald vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären soll ich soll ich da ein bisschen mehr dass ihr das inzwischen in der zwischenzeit der aufgabe schon machen könnt oder genau ich glaube ihr anderen hat die aufgabe gelesen wir brauchen dann kann er erklären und wir können schon ein bisschen arbeiten einverstanden ja gut denn die übung dauert jetzt normalerweise zehn minuten bezahle ich erst selbst heißt die und das passiert eigentlich aus einer erfahrung heraus dass wir sehr schnell uns ziele setzen und an diesen zielen arbeiten und quasi in so einen arbeitsmodus kommen aber weder erfolge feiern also dass wir irgendwo jetzt haben ein gewisses level erreicht und uns dann entweder selber also selber feiern das klingt in deutschland schon ganz komisch noch dass irgendjemand anders uns dann oft sagt ja toll dass du das geschafft hast diese art von feedback sind wir in deutschland ganz wenig gewohnt und auch international ist diese art des feedback gebens dieses dieses befeuernden oder dieses fördernden feedbacks jetzt noch nicht so verbreitet dass man sagen kann okay das ist das ist die energie die 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 mir springt er geht jetzt noch einen schritt weiter und sagt okay bevor wir von irgendjemand anders jetzt erwarten dass das das wert geschätzt wird oder überhaupt gesehen wird sollten wir doch selber vielleicht mal mit einbauen in das ganze also mit einbauen heißt zum beispiel wenn man sich was mag ich denn besonders gern oder wo worin bestärkt mich denn ein ergebnis das quasi einzubauen das kann sein zum einen dass man sich etwas gönnt und gönnen ist in der heutigen zeit zum beispiel die zeit für etwas zu gönnen das heißt wenn man sich als ziel nimmt irgendwie sport zu machen oder irgendwie mal ein bestimmtes thema ausführlicher zu machen dann ist das erste was ja fehlt die zeit und ein vorschlag den er darin macht ist dass man sich diese zeit die man dafür bräuchte sich selber gönnt und im kalender durch einen einfachen eintrag auch blockt und sagt okay das ist eine zeit die ist mir so wichtig dass ich davon dass ich die quasi als blocker eintrage dass mir niemand anderes während der arbeitszeit zum beispiel oder auch in der freizeit diese zeit weg buchen kann sozusagen das sind so ganz kleine sachen manchmal in form von wie gesagt diesen diesen eingeplanten pausen zum beispiel also wer zum beispiel so eine so eine apple uhr oder irgendwie so ein smart gerät hat da gibt es ja ganz oft so ganz ganz kleine sachen wenn man alle stunde mal aufsteht kriegt man so ein kleines symbol ping jetzt hast du wieder deine bewegungszeit jetzt kannst du dich wieder eine stunde hinsetzen so ungefähr sind so winzig kleine belohnungen oder oder überhaupt erst mal wahrnehmungen aha jetzt okay die stunde ist schon wieder rum das war jetzt aber schnell man bewegt sich drei viermal und kriegt dann ein gutes gefühl aha jetzt jetzt gibt es wieder auf der uhr so ein kleines bing oder ein smiley oder sowas und er sagt mir dann okay also ich habe jetzt wieder zumindest mein kreislauf mal so weit bewegt dass das funktioniert wir können uns selber natürlich aussuchen wie weit wir uns da selber wertschätzen wollen bei sowas das kann wirklich sein dass man sagt okay für den sport brauche ich eine stunde und was ich mir gönne ist von mir aus danach noch mal zehn minuten saunagang wenn das dort zum beispiel funktioniert dann würde man normalerweise wird man den sport rennen wird den sport machen und dann schnell wieder heim oder sowas duschen fertig aber zu sagen nee der sport ist eigentlich die aufgabe und um mich wieder für diese aufgabe zu belohnen mache ich danach noch einen saunagang oder setze mich noch mit jemandem hin oder sowas und habe noch ein kurzes gespräch diese extra zeit die ist noch mit drin die bewirkt dann dass man beim nächsten mal wenn man sagt okay jetzt müsste ich aber wieder sport jetzt müsste ich wieder an dem und dem arbeiten dass man sagt naja gut aber dahinter her ist ja was was eigentlich ganz schön ist weil man ja nicht immer gerne solche selbstdisziplinierten sachen mit einer selbstverständlichkeit macht also dass solche kleinen belohnungen können sehr sehr unterschiedlich sein am einfachsten ist es natürlich mit einer zeit die man sich blockt wenn man nach dem sport dann riesen eisbombe ist weiß ich nicht ob das dann die ideale belohnung aber es sollte halt irgendwie im verhältnis wahrscheinlich auch zu dem sein john stepper sagt selber immer ach kleine schritte da kommen wir später in diesem circle dann auch noch mal dazu und genauso ist es auch mit diesen belohnungen also wenn ich so viel aufwand so stark belohne ist es natürlich nichts wenn ich aber eine relevante sache mache die ich eigentlich vielleicht ungern tue und danach aber irgendwas nachstelle und mich selber damit belobe das ist selbstmanagement das ist einfach so ich kodiere das im gehirn mit etwas positiven was ich da so tue ich glaube das gibt es in ganz vielen lernmethoden es ist jetzt nichts ganz neues aber wir vergessen es halt ganz oft und manchmal sind es ganz einfache sachen jetzt nicht zehn minuten lang reden aber einfach um das ganze ein bisschen runter zu machen ist er hat da auch in seinem in seinem in seinem in seinen circle guides verlinkt da gibt es also einen blog post the most successful person in babylon das wäre vielleicht auch ganz spannend ich verlinke das mal schnell dann unten in 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 die show notes oder in das in skype call der kommt jetzt gleich hier doch funktioniert okay dann ja bei mir zumindest ist es als link bei mir wird es als link angezeigt beide ja okay danke bei mir ist es immer noch nur reiner text also das zwei mal der gleiche link jetzt hintereinander sorry dafür aber das ist der link der jetzt quasi da verknüpftes übers zeitmanagement das lenziert sich vielleicht mal auch nebenbei anzuschauen dann kriegt man das auch in schöneren worten gefasst als jetzt so freitext genau bezahle dich zuerst selbst ist im endeffekt so der überbegriff man tut dinge gerne wenn man auch selber sich und bei dem was man da tut wertschätzt okay ich glaube wir sind soweit simon und antje ja harald du hast noch gar nichts geschrieben jetzt musst du irgendwie es nachholen wir können ja schon mal anfangen drüber nachzudenken wie denn wie wir denn mit zeitmanagement umgehen john stepper sagt wir sollen uns mal kurz darüber verständigen wie das bei uns wohl unterschiedlich so sein wird was gut funktioniert was nicht und wo man sich gegenseitig unterstützen kann also dann fange ich soll ich anfangen ja 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 genau also bei mir ist so da gibt es so zwei strömungen zum einen habe ich mal in meiner studentenzeit noch irgendwo so ein zeitmanagement kurs mitgemacht da hieß es man soll nur 60 prozent seiner zeit verplanen 20 prozent für socializing übrig lassen und 20 prozent für ungeplantes das versuche ich erstmal zu praktizieren weil einfach wenn man 100 prozent verplant man feststellt da kommt so viel noch rein was man dann überhaupt nicht sinnvoll mehr bearbeiten kann und das zweite was ich lange schon praktizieren ist getting things done von david allen das ist so eine selbstmanagement methode für wissensarbeiter die davon ausgeht dass wir einfach ein sehr ein sehr unsteuerbaren arbeitsablauf haben also wir kriegen irgendwie aufgaben aus aus meetings es ruft jemand an jemand schickt was per twitter message und das muss man irgendwie alles ordnen weil david allen sagt das größte problem ist wenn man das alles in seinem kopf mit rumträgt und ständig so das gefühl hat quasi eine lange liste vor sich her zu schieben und die eigentlich nie angepackt zu bekommen und da gibt es eben so eine ganz kleine und leicht zu verstehende infografik wie man mit solchen dingen die erstmal nur stuff nennt umgeht wie man die für sich sortiert welche art von listen man führt worauf man projekte macht wie man seine ablage strukturiert also so ganz operative dinge und da gibt es eben unter anderem bei sachen wo man so denkt das könnte ich mal machen aber ich weiß noch nicht genau wann gibt es die sogenannte someday maybe liste also das ist so dieses was ich irgendwann mal vielleicht mache und das war jetzt eigentlich für mich somit der größte belohnungseffekt dinge die ich da lange schon drauf habe nämlich jetzt genau diese idee mal auszuarbeiten einfach von der someday maybe liste runter zu nehmen und auf die next actions beziehungsweise halt in die projektliste zu schieben und zu sagen jetzt die nächsten zwölf wochen packe ich das genau an und macht da mal was und das merkt man auch sofort dass das quasi im hinterkopf was tut also so dieses jetzt endlich mal ein ding anzugehen wo man lange schon sagt das ist eigentlich super wichtig aber man sich nie die zeit dafür genommen hat antje hast du strategien ja gut jetzt ist bei mir natürlich so ein bisschen aktuell eben der punkt dass ich so in einer allgemeinen neupositionierung war in der geschäftsverbindung jetzt gerade reingehe wo ich dann auch teilweise abhängig bin von anderen die sich dinge ergeben und mal ganz nebenbei ich habe es am ersten tag gesagt ich ja gerade aktuell hunde oma bin von sechs welpen also wirklich hat den punkt ist im moment also wer kleine kinder hatte und hat kann sich daran erinnern wie schrecklich es war so fremdbestimmt zu sein also man kriegt ganz viel liebe aber man kriegt unglaublich viel stress also da merke ich gerade wie gerade mein system ein bisschen durcheinander kommt weil ich unentwegt reagieren muss was ich aber mache ich bin zum beispiel jemand ich habe das ja schon öfter erwähnt ich habe noch die schwimmbrille im gesicht weil ich meistens gerade vom schwimmen komme bin sommerschwimmer also ich gehe vom ersten mai bis 15 september möglichst täglich schwimmen ich könnte auch schwimmbad tester sein weil ich in deutschland verschiedene schwimmwäder freiwäder kenne und das habe ich damals vor zehn jahren angefangen weil ich sport an sich also außer schwimmen irgendwie nichts mag und aber schwimmen eigentlich auch doof fand irgendwie mit diesem umziehen und dann habe ich mir damals ein motto ziel gesetzt wenn ihr mal ja storch kennt und züricher ressourcenmodell ich hatte dann irgendwie vor zwölf jahren glaube ich mal einen kurs dazu gemacht und habe dann gedacht dann mache ich das und habe mir ein motto ziel gesetzt das heißt ich gönne mir eine stunde urlaub am tag dann hatte ich ein bestimmtes bild dass ich in so einen sportpool in irgendeinem sehr luxuriösen hotel in dem ich mal war reingeplumpst bin und dann irgendwie gedacht habe diese stunde gönne ich mir am tag und insofern bin ich also wenn ich wenn das nicht geht also ab dem 15. september wenn das freiwillig zu macht bin ich immer entzugserscheinungen und ich merke das ist für mich total wichtig weil dieses schwimmen ist auch nicht ich mache das nicht auf leistung sondern dieses blubbern dieses meditative unter wasser blub 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 und john webb ein schüler von richard nelson bowls nachdem ich hier arbeite der hat mir irgendwie gesagt auch wenn du nicht mal weiter kommst get wet mach dich nass also einfach in irgendeiner weise und ich merke das immer wieder dass ich das ist einfach so neben natur das was für mich wichtig ist und das mit natur ich meine wir haben zwei hunde und wenn ich zu hause bin was natürlich selten ist dann gehe ich natürlich morgens auch richtig früh los in den wald und tank erstmal frischluft und wunderschöne bilder um mich dann eben hinzusetzen aber es ist eben selbstständig sein auch ständig noch auf andere situationen und aufträge zu reagieren ist eben doch teilweise wird man stark aus ja immer wieder abgelenkt ja und ganz nebenbei habe ich immer noch zwei kinder also die dann auch immer zwischendurch noch gerade dann reinkommen wenn du sie nicht gebrauchen kannst weil ich ja nicht da bin und die dann zu sehen dass sie mal da sind also ich könnte das genau hier hat schon harald zürcher ressourcenmodell hingeschrieben super das kann ich wirklich nur empfehlen aber der sprach den werde ich mir merken wenn du mal nicht weiter weiß dann mach dich nass das muss ich mal probieren ok harald es passt hervorragend wir diskutieren gerade wie wie migrieren wir unsere mails vom einen ins andere system und während alle reden habe ich gesagt okay also es ist so eine zero e mail migration in der idee also dass man gar nichts migriert und ich bin vor zwei wochen dann einfach hergegangen habe meine komplette mailbox archiviert alles weg und habe quasi am montag in der früh von null angefangen und glaubt mir ich hatte danach sehr sehr gute argumente gegen eine zero mailbox migration also ich mache genau das also ohne jetzt das modell zu kennen aber wenn ich mir nicht sicher bin ob irgendwas auswirkungen hat oder sowas dann schmeiße ich mich selber mit allem was ich habe in diese situation die ich jemandem anderen dann antun werde und bei uns geht es ja um 140.000 Leute die dann darunter leiden also von daher wenn es mir nicht gefällt dann gibt es wahrscheinlich noch zwei drei andere die das auch blöd finden ja ich habe ja also ganz kurz für mich ist zeitmanagement ist gleich aufgabenmanagement also ich für mich sind es sind es zwei sachen die unweigerlich zusammenkommen dass jemand hat ja relativ schnell dann auch getting things done auch referenziert das würde ich auch so unterschreiben ich bin also ein kann bahn-fan irgendwo ich habe 1995 angefangen alles was ich mit einem zeitstempel tun muss in den kalender zu pflegen also ob das jetzt zum beispiel irgendwelche pässe sind die ablaufen ob das irgendwelche tüv oder sonst egal was es ist was ich als aufgabe habe ob das ein datum hat oder wenn es keins hat dann gebe ich immer datum also dann steht es in meinem kalender drin weil dann weiß ich nämlich genau wann ich es machen muss und wann ich es machen kann und ich weiß auch wann ich etwas nicht tun kann weil da gerade schon was im kalender steht wenn man die aufgabenliste getrennt vom kalender führt dann ist das immer so eine sache mit den fälligkeitsdaten also das darum habe ich mich eher für den kalender entschieden ich habe natürlich auch irgendwo eine aufgabenliste die gewandert im moment aber immer mehr in one note rein weil da ist dann mehr content drin und erklärungen und links und so weiter und der kalender ist wirklich im endeffekt fast so eine zeitorientierte aufgabenliste inzwischen und es funktioniert eigentlich relativ gut weil dann weiß ich auch in der früh muss ich nur einen ort aufmachen und ich weiß genau wie viel von den 100 prozent ich schon wieder verplant habe bevor der tag losgeht ich habe nur eine frage die ich mir da immer wieder stelle die ist jetzt aber eher so eine persönliche frage von mir meine zeitmanagement und aufgabenmanagement funktioniert für normale themen also dinge die man einfach so tut in der regel eigentlich relativ gut weil das ist einfach nur eine disziplin frage wenn ich sagen dass ich der meist disziplinierte mensch bin oder sowas aber das klappt irgendwie ganz gut nur themen wo ich mich so auf meiner mission fühle da fliegen mir alle möglichen sachen zu und ich sage fast immer ja dazu weil das einfach so das ist doch cool und das könnte man doch auch noch und hier also da das bringt mein ganzes planungs ding durcheinander ich auch jetzt da einerseits im wog und hier bei wöl und hier noch drei projekte und noch zwei private projekte also das ist etwas was diese planung dann relativ schnell sprengt wenn man einfach intrinsisch motiviert an so einem langzeit ziel arbeitet und plötzlich lauter opportunities aufbrechen die vielleicht noch vor zwei drei jahren schwer erkämpfbar waren jetzt ist plötzlich die zeit und dann fällt es mir schwer zu sagen nee aber jetzt gehe ich sport machen da darf ich da noch mal einen einwurf machen mit deiner fragestellung letztens zum thema lernen ja hast du mir meinen ganzen tag kaputt gemacht also positiv einerseits ja weil ich da natürlich die ganze zeit darüber nachgedacht ist ja mein thema lernen entwicklung und ja war dann die ganze zeit habe dann rumgedattelt weil ich eigentlich was anderes machen musste nämlich irgendein konzept schreiben von dem aber die rahmenbedingungen noch nicht so klar waren und dann hast du diese wunderschöne frage da reingestellt und ich habe natürlich dann überlegt und nachgelesen und recherchiert und dann waren fünf stunden am ende weg ja eben weil es leidenschaften ist ja also was du ansprichst harald und jetzt eben du antje ich habe so den eindruck wir versteifen uns gerade in den unternehmen ein bisschen zu sehr auf konkrete ziele und konkrete planung wir wissen oftmals gar nicht was wir wirklich konkret anstreben sollten also mir geht es immer mehr darum sozusagen wir müssen die große richtung kennen und dann schon mal loslaufen und unterwegs begegnen und so viel dinge die uns entweder schneller machen oder im moment noch ein bisschen mehr nachdenken lassen sodass ich denke wir sollten uns zeiträume vornehmen nicht einen konkreten tag sondern einen zeitraum wann es fertig sein soll oder wir sollten uns auch konkret also nicht so ganz konkret das ziel vornehmen sondern sagen okay ich will in dem und dem bereich einen schritt nach vorne kommen aber wie der schritt nun ganz genau aussieht weiß ich noch nicht ich glaube das gerade heute wichtig und mir geht es öfter so dass ich abends denke eigentlich gestern hast du noch was ganz anders machen wollen aber doch zufrieden bin mit dem wie der tag jetzt trotzdem gelaufen ist also so im sinne von hey da sind dinge aufgetaucht die ich mir gar nicht vorstellen können aber noch noch eine ganz pragmatische sache die ich jetzt seit jahren pflege ich habe es probiert meine aufgaben auch in outlook in die aufgaben zu schreiben und so aber das was wirklich immer funktioniert das mache ich jetzt ich schreibe mir die aufgaben die jetzt so in den nächsten tagen dran sind immer mit einem füller schön sauber auf einen zettel und dieser zettel wird jeden morgen neu geschrieben und wenn man die gleiche aufgabe zum dritten mal schreibt dann nervt es endet so dass man sie jetzt angeht und sie dann erledigt also wie funktioniert ich belohne dich selbst das ja bestrafe dich selbst aber schon lustig dass du in der digitalen welt sozusagen noch den füller rausholt ja genau also es muss auch mit füller sein also es muss richtig schön geschrieben dastehen irgendwie auch eine art der belohnung ja mag sein mag sein okay vielleicht der eine satz noch die frau schütze kleikamp hat auf der republika so einen schönen satz gesagt in ihrem vortrag die hat gesagt wir brauchen auch mal zeit um was sacken zu lassen wer trägt sich denn in seinen kalender ein ich brauche hier mal eine stunde um was sacken zu lassen um etwas mal ja nicht produktiv was raus zu hauen sondern einfach was mal sacken lassen also harald da sagen wir ja noch mal zum thema lernen was und veränderungen und haltungsänderungen ja das ist ja das was mich am meisten aufregt bei unternehmen dann sollst du irgendwas machen in bezug auf wo sich haltung verändert und dann wird gesagt machen sie einen tageskurs draus wie soll denn das gehen ja das kann überhaupt nicht gehen weil das sind prozesse ja formative prozesse wo die leute sich entwickeln sollen ja das spricht man aus der seele also das vielleicht auch bei getting things dann nochmal so ein interessanter punkt weil ein aspekt der da sehr gepredigt wird ist das sogenannte time boxing was vielleicht auch so als erfahrung der eine oder andere macht wenn er jetzt auf twitter unterwegs ist das ist was was ich für sehr wichtig halte wenn man zum beispiel früh in seine tweets schaut das strikt zu time boxen und zu sagen wie viel zeit gebe ich dem weil oft passiert genau das man kommt in so einen flow man findet was interessantes das trägt einen weg und irgendwie vier stunden später guckt man wieder auf und hätte eigentlich eine telco gehabt oder irgendwie was abliefern müssen ja und war so im fluss was eigentlich was gutes ist weil das ja heißt weiß nicht wer das flow genome project kennt die tragen so alles zusammen was so in richtung high performance von individuen ist und das flow was sehr positives aber natürlich nicht wenn ich irgendwas habe abliefern müssen und dementsprechend brauche ich halt genau diese mechanismen zu sagen ich finde jetzt was interessantes auf twitter ich merke mir das irgendwo vor ich habe aber irgendwo in meinem kalender dann auch nochmal zeit wo ich zwei stunden in der bibliothek sitze und mir genau die sachen durchlese weil sonst ist es so wie der pdf ordner auf dem desktop ja da landet dann ein pdf nach dem anderen und ich weiß genau jetzt sind schon 100 stück drin und ich kriege irgendwie angst da rein zu gucken weil ich irgendwie überhaupt keine chance habe das irgendwie abzuarbeiten oder wahrzunehmen und dann bringt mir das alles nichts das stimmt okay jetzt gibt es die nächste übung und die heißt existierende netzwerke nutzen das heißt wir müssen jetzt so ein bisschen mal nachschauen wo könnte man eigentlich netzwerke finden die uns auf unserem ziel weiterbringen könnten harald wenn du wieder ein bisschen erklärung dazu abgibst dann arbeiten wir wieder alles klar ja also im netz jetzt geht es um netzwerke natürlich aber es ist nicht beschränkt also schon stepper geht nicht ausschließlich darauf dass es alles nur in der digitalen welt natürlich funktionieren muss das heißt es macht auch überhaupt also es macht sehr viel sinn so muss ich anfangen auch mal bestehende physik physische netzwerke zu aktivieren also wenn es irgendwo vereine gibt wenn es irgendwo organisationen vor ort vielleicht gibt da auch mal vorbeizugehen sich sowas mal physikalisch anzuschauen ist natürlich im netz ohne den den üblichen fahraufwand oder sowas möglich aber was sagt er also er sagt zum beispiel sucht euch online communities also leute die sich online sowieso schon treffen entweder in der arbeit über communities wenn es ein enterprise social network gibt oder eben in foren oder entsprechende gruppen zu einem bestimmten thema in der regel und das sieht man ganz oft wenn man sich foren anschaut gibt es da drin drei vier leute die extrem aktiv sind da schreibt ja auch das ist meistens auch der gründer des forums der dann vielleicht so zwei drei leute um sich scharen kann das sind natürlich ganz große ansprechpartner und je aktiver so ein forum ist umso mehr habe ich natürlich an möglichkeiten da antworten zu finden umgekehrt wenn ein forum nicht so aktiv ist dann heißt es aber in der regel dass derjenige der das forum betraut der betreibt viel aufmerksamer auch über das ist was wenn sich jemand plötzlich engagiert also das war am anfang war ich auch immer im forum wenn es nicht so richtig aktiv war da nicht jeden tag so viele likes oder so viele beiträge waren dann habe ich gedacht ja gut da finde ich nichts drin aber hinter jedem forum steckt wirklich jemand der das ganze auch mit mit liebe mal aufgebaut hat oder mit einem mit dem wunsch sich zu auszutauschen und wenn man diese person über über liken über kommentieren über vielleicht eine frage stellen wieder die wertschätzung gibt die eigentlich gesucht hat über dieses forum dann ist da hat man da ganz schnell einen freund sage ich jetzt mal mit dem man dieses thema natürlich auch auch durcharbeiten kann er sagt auch geh mal hin in verschiedene bereiche zum beispiel was produkte oder dienst leistungen angeht also man ist oft in seiner zielfindung ja sehr stark fokussiert auf das was man machen möchte hat dafür auch eine terminologie das heißt wenn ich die dann per google suche dann kriege ich eigentlich auch immer die gleichen ergebnisse wenn ich das ganze mal ein bisschen ausweite und mir mal so gruppen anschauen die in einer ähnlichen geschichte unterwegs sind und mal anschauen wie formulieren die denn das und solche formulierungen dann auch wieder in google eingeben dann kann mich da natürlich noch mal auf ganz andere netzwerke oder gruppen mit denen ich dann entsprechend auch an meinem ziel arbeiten kann also vielleicht auch mal so ein bisschen out of the box oder die box am besten ganz wegschmeißen und mal überlegen wie geht denn das ich persönlich nutze manchmal teilweise sogar so einen kleinen trick ich übersetze das was ich suche mit einem wörterbuch in englisch und zwar jetzt nicht die typischen worte die mir selber immer sofort einfallen sondern ich suche nach fachbegriffen die sowas ähnliches aussagen und übersetzt wieder zurück in deutsch mit einem anderen lexikon und da kommen manchmal ganz komische begriffe darauf auf die ich selber gar nicht kommen würde und wenn ich danach dann suche dann öffnen sich da wieder ganz neue welten also wir haben ja durch google filter und alles relativ engen blick auf das was wir sowieso immer suchen und den ab und zu mal bewusst aufzumachen macht sehr viel sinn konferenzen und meetups bringt er noch auf also das ist glaube ich relativ klar im moment wenn sich einer für digitale transformation informiert dann findet er glaube ich jede woche zehn konferenzen je nachdem was ihr für ziele habt es gibt zu fast allen zeitungen zeitschriften ganz oft sind auch messetermine drin das ist natürlich ein zeitlicher oder auch ein lokaler ort an dem wirklich ganz viele leute mit der gleichen der gleichen erwartungshaltung und dem gleichen wunsch ziel thema auch sich dann für sie physisch oder eben auch immer mehr online treffen er geht als letztes dann noch auf die individuen ein also wenn man sagt wer sind denn so die die leute die jeder kennt heute hatten wir es bei ambassador wenn heute einer george glooney hört dann denkt er vielleicht auch gleich an kaffeekapseln also vielleicht ist der der richtige ansprechende partner dafür wie sieht es denn aus wenn ich so einer person mal folge mit wem redet denn der was worüber schreibt er mit welchen organisationen ist der verknüpft ist er vielleicht irgendwo ein sponsor im aufsichtsrat oder vielleicht auch nur ein unterstützer von irgendwas was mit dem thema zu tun hat und diese einflussreichen individuen wie es da nennt das können entweder leute sein die auf twitter unglaublich viele follower haben die besonders tolle webseiten haben oder eben aus funk und fernsehen bekannt sind und wenn man die mal im netz sucht dann kriegt man über die natürlich auch ein breiteres bild spektrum über dieses thema natürlich auch blogger und video also youtuber und so weiter wenn man ein eher digitaleres ziel hat also mir da sind da so einige eingefallen wie sieht es bei euch aus antje und simon seid ihr soweit oder wollen wir ein bisschen warten ne ich bin schon soweit ja ok also ja ich habe das letzte mal schon gesagt für mein ziel jetzt quasi diese idee mal zu drehen und zu wenden in organisationen will ich halt hauptsächlich mal verwenden die community einfach des mukatons weil da sehr viele leute sich jetzt mit diesem thema wie wie ist lernen zu positionieren für 20 25 beschäftigen und was ich zusätzlich mal noch machen will ist das thema regionale netzwerke weil das auch immer einfacher ist wenn man sagt man kann sich dann mal mit jemanden treffen und kann so eine komplexe idee mal direkt besprechen das ist halt doch was anderes als 140 zeichen irgendwo hinzuschreiben und da habe ich jetzt mal ins auge genommen weil es da von meiner idee eine gewisse brücke gibt zum thema qualitätsmanagement die deutsche gesellschaft für qualität hat hier so einen regionalkreis wo sich jeden monat irgendwie 50 60 leute treffen da gehe jetzt im nächsten monat mal hin würde da auch anbieten die idee mal als nachdem das ja auch was mit der neuen ISO 9001 norm zu tun hat mal als vortrag vorzustellen vielleicht haben wir da einen freien vortragslot und was ähnliches nochmal mit dem verein deutscher ingenieure da gibt es den nordbayern chapter die haben glaube ich auch 1600 leute mit einem e mail verteiler und da will ich mal anfragen ob man das nicht in dem in einem der newsletter mal beschreiben kann und damit eben leute bekommen die so in lauffahrrad 20 minuten autoreichweite sind da fällt mir ja die sehr intensive szene in nürnberg ein ich glaube in der zwischenzeit sind es so 80 stammtisch ähnliche runden die sich zu allen möglichen fachträgen themen immer treffen nürnberg liegt hier für mich so ein bisschen nahe aber ich glaube das gibt es in allen städten das gibt heute sehr viele runden wo man sich wirklich einklinken kann mit einem thema das ist ein guter hinweis ja also das die zum beispiel ich glaube da gibt es auch so zwei welten wenn man so in den in den nördigeren themen vielleicht unterwegs ist die plattform meetup.com diejenige wo sich da quasi alles bündelt jetzt irgendwie in richtung web oder digital oder podcast irgendwas sammelt sich für interessiert das ist ist halt eine plattform die genau dafür darauf ab menschen die so sagen wir treffen uns jeden dritten donnerstag um 17 uhr und brauchen dafür ein e mail verteilern ort wo wir eine präsentation hinlegen und eine möglichkeit irgendwie untereinander zu diskutieren die genau das abbildet und wo man halt dann auch sozusagen mitglied werden kann den leuten im standard infopaket schicken wann sind die nächsten termine google kalender und halt jemand auch einfach drauf gehen kann seine postleitzahl eingeben oder ein thema eingeben und dann findet er in seiner nähe halt die next gelegenen dinge so was wie verein deutsche ingenieure deutsche gesellschaft für qualität habe ich das gefühl ist da noch noch eher noch nicht also da muss man dann eher gucken und das so labeln wie was es sich regionalkreis oder fachkreis oder stammtisch dass man eben bei auf den seiten der entsprechenden communities dann dort mal guckt ob die regionale chapter haben ja ja wir sollten zur nächsten übung kommen die zeit läuft die nächste übung heißt ein weiteres unnivelles geschenk anderen machen hier geht es um anerkennung anerkennung und aufmerksamkeit vielleicht kannst du das wieder ein bisschen ausführen und wir wählen eine person aus unserer liste aus und überlegen uns wie wir ihr eine öffentliche anerkennung geben können ich habe nur schnell drüber geflogen noch mal dass ich nichts nur nichts falsches sagen weil wie gesagt die die circle guides haben sich ein bisschen verändert aber vom grundtenor hat sich da jetzt ist da jetzt geht es genau in die gleiche richtung also das ist einfach nur sauber also nicht sauber nicht dass es für uns aber es ist super ausgearbeitet jetzt in einer tollen übersetzung nochmal von den von den kollegen von bosch von katharina krenz und ihrem team es geht bei diesen universellen geschenken ist ich weiß nicht ob man da mal einen besseren begriff dafür findet es sind diese kleinen gesten hätte ich jetzt mal genannt die man an leute in seinem umfeld an die leute für die man natürlich auch ja wertschätzung zeigen will zeigen kann ich habe das jetzt gerade mal gemacht wer zufällig auf twitter ist ich habe mich jetzt einfach mal ganz schnell zwischendrin bei drei leuten bedankt die in meinen augen unglaublich aktiv die ganze zeit schon hier dabei sind und sind jetzt auch alle im chat mit drin genau das ist die martina pump hat zum beispiel oder das ist der magnus rode und der folgt mal lange die sind die ganze zeit während dem mooc und in allen calls immer so dabei so aktiv und so einerseits herzlich und auf der anderen seite total hilfreich mit den kommentaren martias wien zum beispiel jetzt gesundheit mal schnell geschrieben das was ich jetzt gerade mache im endeffekt das sollte uns eigentlich ganz locker von der zunge gehen das sind genau diese kleinen geschenke von dem er redet also mal schnell jemandem danke sagen mal schnell zeigen hey das hat mir verächtet gerade geholfen was du da gerade gesagt oder gemacht hast einfach mal gesundheit sagen das sind so ja wie ich sage kleine gesten die den die freundschaft erhalten könnte hat man früher glaube ich gesagt oder eben jetzt im netz in der zeit wo wir ganz stark darüber diskutieren was da alles an negativen unterwegs ist den unterschied machen die republika selber war ja unter dem begriff love out loud also lieben 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 laut lieben einfach mal hier sind positives gegengewicht dazu senden schau mal ja da ist ganz viel mist drin und auch in unserer in unserer physikalischen welt in der physischen welt ist auch ganz ganz viel gewalt und herr und alles mögliche aber es ist eben auf der anderen seite auch ganz viel positives und das ist was was jeder selber machen kann es ist im treppenhaus des guten morgen sogar in der großen stadt ich erinnere mich da immer an diesen crocodile dann die film weiß nicht ob der ja genau der dann in new york irgendwann angekommen ist und an der kreuzung die ganzen new yorker alle mit guten tag und schön dich mal zu sehen und so begrüßt hat und alle sich quasi total abgelacht haben was mit der was das schräger vogel ist mal abgesehen von seiner kleidung aber der hat einfach das was er als höflich bezeichnet hat auch mal in einer großen stadt gemacht und es ist ganz spannend da zu sehen wie die leute darauf reagieren also jetzt das nicht ohne erwartungshaltung und einfach mal sagen ja guten morgen oder grüß gott oder servus oder ja schön dass ich dich mal wieder sehe das sind die ganz kleine geschenke die einem eigentlich ganz leicht von der lippe gehen sollten und ja ich glaube um die geht es ganz speziell je nachdem in welchem kanal unterwegs ist in der welt in der materiellen welt oder in der digitalen welt kann man das heute haben wirklich mit klitzekleinen klick machen oder dann eben größer werden möchte das kann ich schnell rein posten ich habe vor kurzem mein blog post geschrieben wie man den feedback geben kann und was das denn für auswirkungen hat also angefangen von ich gebe überhaupt kein feedback das hat nämlich auch auswirkungen hin zu ich mache ein like ich schreibe einen kommentar danke ich schreibe einen kommentar mit ja danke das und das hat mir geholfen und so weiter also das kann man alles wenn man das so ein bisschen gewohnt ist dann auch positionieren oder den entsprechenden gegebenheiten dann anpassen hier ist der link drin nochmal immer wertschätzen vielleicht auch feedback geben kann sowohl in als auch extern im netz in sozialen netzwerken mir fällt da vielleicht noch mal was ein weil ich das ich habe schon öfter mal erwähnt dass ich im osten aufgewachsen bin und in meiner ausreisezeit habe ich in der drogerie gearbeitet so eine richtige drogerie wie ihr euch das vorstellt habe ich das schon erzählt mit den drogen letztes mal dass es noch so richtig drogen gab und also drogen im sinne von geben sie mir mal 10 gramm pfefferminz oder 50 lindblüten und so weiter pfefferminz war bei euch droge und ich habe dann immer weil ich weil das so langweilig war weil die leute immer anstanden und es gab ja oft nichts also haben sie tempo taschentücher nein haben sie klopapier nein haben sie dies und das nein 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 und dann habe ich mir mal ein spaß oder ein persönliches ziel gehabt ich dachte jeder geht hier raus und lächelt und das hat mir so einen spaß gemacht also ich habe immer ich habe trinkgeld gekriegt ich irgendwann mal so ein alter herr hat dann mal meine hand genommen hat gesagt das muss ich immer sagen ich komme immer nur wegen ihnen wirklich spaß hatte an diesem und das kann ich immer nur sagen das macht total spaß einfach menschen ja fröhlich und authentisch zu begegnen also das muss ich immer noch sagen das macht natürlich nicht klinzeln wenn irgendjemand also so mit so komischem generieren jetzt hat immer drogerie ja eine drogerie war eine klassische drogerie war so ein laden mit so wie in einer apotheke ich glaube der meint die wirklich so geschrieben drogenerie also ich weiß nicht ob das ob das nicht teil eines programms ist anti aber du hast mir auf der zugfahrt so eine wunderschöne möglichkeit auch gezeigt wie man auch einen unterschieden ein bisschen nachhaltigeren machen kann in dem man das ganze einfach wirklich physikalisch macht in der zeit wo eigentlich alles nur noch digital geht denn mit den karten ja genau also ich arbeite ja ähnlich schon und wir machen eben also ich bin ja ursprünglich mal bei menschen unterstütze menschen dabei wie sie beruflich weiterkommen und wie sie netzwerke dann knüpfen wenn sie sich beruflich eben orientieren wollen dann sprechen sie mit menschen die das gleiche machen was sie auch tun wollen also nicht mit entscheidern sondern leuten auf gleichen ebenen und wenn ich ein gutes gespräch gehabt habe mit demjenigen und auch gerne mit dem in kontakt bleiben will letztlich oder mich eben auch einfach für dieses spontane gespräch bedanke wo ich jemanden mal nerve damit sag mal wie bist du eigentlich das geworden was du geworden bist was macht spaß was macht nicht so viel spaß dann schicke ich danach eine karte und das ist so viel wirksamer weil es einfach also ich erlebe das auch oder wenn ich manchmal referenzen benutze das dann wirklich jahrelang diese karten die möglichst stehen müssen das muss jetzt vielleicht nochmal sagen also nicht so eine normale postkarte sondern eine die man so hinstellen kann ich verrate jetzt mal den ganzen trick genau der geht die steckt man in einen umschlag und der nicht unbedingt weiß ist und der auch nicht dem normalen format eines briefes entspricht also sprich kein lang dienen lang dienen ist nämlich rechnung und die großen formate sind verträge und man schickt das in so einem klassischen format wie man vielleicht noch hochzeitskarte irgendwie verschicken würde ihr kennt dieses also etwas quadratischere oder etwas andere format und dann bedanken man sich ehrlich eben für dieses gespräch mit kurzen worten sehr geehrte frau müller war toll dass wir kurz miteinander reden konnten und dann schreibt man auf die karte hinten seine kontaktdaten also auf die klappkarte quasi auf den hier rückseite weil die karte im durchschnitt nicht weggeworfen wird und es geht ja darum dass ich mein netzwerk wirklich aktivieren möchte dauerhaft in bezug auf eine neue stelle zu finden in einer richtung und das machen wir deshalb vor allen dingen weil der verdeckte arbeitsmarkt eben zwei drittel sind also stellen werden oft gar nicht ausgeschrieben und wenn sie ausgeschrieben werden oder wer was mitkriegt wenn stellen frei sind dann sind das die mitarbeiter weil die als erstes gefragt werden also es ist unheimlich wirksam und ich kann immer sagen auch wenn ich es jetzt verrate letztlich ist der witz wenn ich solche karten heute kriege dann denke ich immer auch schön jemand kennt das system toll und ist man freut sich trotzdem es ist was anderes eben mit dem füller geschrieben eine schöne karte mit dem füller geschrieben zu kriegen als irgendeine mail das hat einen höheren effekt das hat auch gerade der der marcus hat die kudo cards aus management 3.0 in den chat gepostet das ist genau sowas kudos sind ja auch so kleine dankeschöns und mich hat das erinnert an eine funktion die xing früher mal hatte und die leider sehr viele enterprise social networks nicht haben nämlich am profil öffentlich einsehbare gäste bücher weil dort wurde das ganz oft gemacht dass wenn man jetzt so intern projekte abgeschlossen hat oder so dass man leute darauf hingewiesen hat wer hat denn besonders gut dir geholfen im projekt mit wem hast du gut zusammengearbeitet und dann nutze dieses gäste buch um da eben ein dankeschön zu hinterlassen das sind jetzt die recommendations also das ist auch eine ganz tolle möglichkeit jemandem mal kurzes dankeschön zu sagen für eine konferenz gespräch oder einfach für eine beteiligung irgendwo ja oder oder die die kompetenzen zu bestätigen auf linkedin auch eine ganz tolle möglichkeit danke zu sagen wir haben intern unseren führungskräften zum beispiel wirklich dann so kleine lernaufgaben auch gegeben und habe gesagt okay damit du das mal lernst kriegst du jetzt als vorgabe oder als als quasi als lernziel jede woche mindestens ein kommentar und fünf likes also wir haben da ganz ganz langsam angefangen und die hatten als ziel müssen fünf likes vergeben und einen kommentar schreiben wenn man das dann einfach mal einen monat lang gemacht hat dann ist das irgendwann eine ganz normale geschichte dass man was liked weil dann lernt man automatisch auch okay was like ich denn also alt ist wird eigentlich schon getriggert dadurch durch die kleine aufgabe sagt doch fünfmal danke in der woche also einmal pro tag ja gute idee oh die kannst du ja auch noch als aufgabe in den mugaton einbringen ich glaube das hilft auch einigen ja letzte übung check out wann treffen wir uns in der nächsten woche da trefft ihr euch alleine da bin ich nicht dabei ich glaube wir haben wieder montag festgelegt für nächste woche ne was war denn mit winfried jetzt heute hat er sich auf irgendeinem kanal noch mal gemeldet oder vorher nur gemeldet dass er es wahrscheinlich nicht schaffen wird weil er irgendwie nach so einer präsentation gar nicht schaffen wird nach interview noch gehabt ja interviews geben muss wusste nicht so richtig ob er es schafft alles klar ja ich dachte der kommt nur später okay nee der hat ja erhofft aber naja der wird nächstes mal aber sicher dabei sein dann nächste woche trefft ihr euch wieder was nehmt ihr euch für die kommende woche vor ist letzter punkt hier ja also ich habe wie gesagt ich habe jetzt von den sechs firmen mit denen ich die idee gern testen würde drei habe ich audi ist dabei bmw ist dabei zf ist dabei und der marcus metz von den stadtwerken münchen und ich nehme mir vor dass ich quasi die zwei fehlenden kleinen oder mittelständischen unternehmen noch finde dass ich da sozusagen meine meine liste vollständig habe das ist mein ziel bis montag wollt ihr eure nennen oder wollt ihr sie noch formulieren in aller ruhe also ich kann ich kann es meins nennen also die die idee wirklich auf die regionalen sachen mal anzuzapfen oder beziehungsweise mal bewusster zu nutzen werde ich machen ich werde übermorgen direkt mal zu so einem netzwerk treffen gehen das habe ich mir schon ausgeguckt das werde ich auf jeden fall und dann werde ich in einer bestehenden gruppe wo ich bin da wurde mir auch angeraten ob ich nicht eventuell so eine regional gruppe jetzt mit leiten will und wo ich gedacht habe das werde ich jetzt forcieren und gucken das an der stelle weitermache und dann soll ich ja irgendjemand was gutes tun und ich muss gestehen es fällt mir leichter nicht zu sagen wenn ich das mache weil das hier so öffentlich ist das ist dann doch so ein bisschen so außerdem kann ich mir da noch aussuchen für den ich was mache und mit Simon wollte ich auf jeden fall noch mal sprechen Simon siehst du mich noch wirst du mich noch für das vielleicht können wir uns mal verabreden mal ein halbes stündchen oder so weil ja wann würde das passen bei dir egal ich habe nur donnerstag ist freitag freitag samstag habe ich training schicken wir einfach ein zwei vorschläge und dann antworte ich alles klar kannst du die woche noch ja 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 gut dann vielleicht morgen sogar okay prima klasse folg mal fängt jetzt seinen ersten working out loud circle an super exzellent also ich möchte mich nicht drücken ich werde ich habe nicht werde ich habe vorgebaut weil ich muss ja immer so vorher schon etwas machen oder manchmal danach weil ich ja zwischendrin immer reden darf ich habe mir in kalender zwei termine reingesetzt in einen für sport und den anderen um etwas mal sacken zu lassen ohne dass ich danach was veröffentliche ich bin gespannt ob ich das hinkriege aber das sind jetzt so kleinere themen ich habe noch zwei drei termine in meinem thema also über das thema führungskräfte begeistern für die leeren reise und wir sind auch schon ein paar ganz nette schritte weiter gekommen das wird gerade sagt man dass es materialisiert sich gerade schon so ein bisschen das freut mich da werde ich daran weiter arbeiten sehr gut okay jetzt wünschen wir dir alles gute für deine op damit das wirklich gut über 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 die runden geht wir werden auf twitter werden wir wahrscheinlich die entsprechenden bekundungen geben die werden dann wahrscheinlich auf die twitter wall in dein zimmer wir brauchen wir brauchen ein so ein beamer an die decke ja ich macht also ich kann nicht antworten da weil ich genieß dich genießt und lest dich zurück genau ich kann auch keine tweets lesen keine sorge naja also bin aber froh dass das dann erledigt ist ja dann schönen dank wieder fürs mitmachen und schönen dank fürs zuschauen draußen nächste woche geht es weiter und morgen wird auch die aufzeichnung im netz stehen so dass ihr den anderen bescheid sagen könnt die heute nicht dabei sein konnten dass ich sie sich noch anschauen können und ansonsten der corporate learning 2025 mukatan läuft ganz intensiv im moment ist kontinental dran und harald schirmer ist so der hauptakteur und insofern all diejenigen die ihn kennengelernt haben sollten auch in dieser woche intensiv mit reinschauen schönen dank schönen abend ade dann hat das moderieren tschau servus simon wenn du noch dran bleibst können wir ja mal kurz direkt gucken also morgen